Oh mein Gott, was hat er jetzt? Oh mein Gott, 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 das, das, also, du hast gerade nicht gesehen, was hier passiert ist. Ich habe meinen Kollegen in zwei Bowler und eine Henker gesetzt und er hat so hart Grütze aus denen gemacht. Ach du Scheiße. Hast du gewonnen, oder was? Ich habe mal weggewonnen. Ich fass es nicht. Das, das.